Heute zeige ich euch, wie man bei diesem starken Schneefall mit dem Mopad wird. Ich zeige euch, ob ich das überhaupt schaffen kann. Ich zeige euch, wie man bei dem Mopad wird. Ich zeige euch, wie man bei dem Mopad wird. Ich zeige euch, wie man bei dem Mopad wird. Ich zeige euch, wie man bei dem Mopad wird. Ich zeige euch, wie man bei dem Mopad wird. Ich zeige euch, wie man bei dem Mopad wird.